aber auch nicht wirklich richtig clean das ist auch nicht was es unser mehrfachabschüsse jetzt bei denen gezählt wird ob es das 2 erst wieder ist der 3 ist schick da bekäletzt habe gilt zählen in zweier street dann zählt ich habe keine ahnung ich weiß es echt nicht sie sind dann können wir vielleicht gerne zusammenspielen aber den ordentlich schaffte zum modus und spiel ich eigentlich jetzt nur eine runde und obwohl es gerade schon mehr spaß macht ja ja was durch durch so Perfekt, hab ne Drohne Aber da ja schon ne Drohne oben ist Nein, es wird doch oben Hallo Ja, wo jetzt? Ehrenbruder Shipment Nicht Ehrenbruder Shipty, sondern Ehrenbruder Shipment Was? Shipment und Shipty Der war so schlecht Nee, wenn ein Ehrenbruder Kylo Taku Oder? Banana Bananalana Ui Memo, guck mal diesen Jungen an Ui Oh Memo Doch, ähm, Ding nimmts auf OBS nimmts auf Ja, aber Discord nicht Ja, aber Discord nicht Ja, aber das war nicht Im Anfang hört man dann nach wie geht's auch Digga, ich hasse diese Scheiß-Dexperien-Nerten-Blend-Granaten Die verfluche ich jetzt irgendwann einmal Diese Scheiße Ah, könnte ich mich da aufregen Ach Digga Schöner Drill, Schöner Drill, Schöner Drill Ach toll, ich hab mein Messer verloren Infine Control ist so richtig die auf die Schamsehaut Patrick! Patrickstar, Patrickstar, Pepepepepep Patrick! Patrickstar, Patrickstar, Pepepepep Patrick! Hör doch auf mit dieser Scheiße jetzt Ich muss mich konzentrieren Uuund, Waffe ist auf Guil Das heißt wir können Waffe wechseln Du bist... Alter Ich könnte heute richtig ausrasten Du bist wirklich geil Du bist wirklich geil Du bist wirklich geil Du bist wirklich geil Du bist geil Obacht, Grenate Obacht, Obacht Der Oberwachmeister ist da Ach Quatsch, wie war ich, Alter Verarsch mich nicht Ich will immer wieder ein bisschen aufs Streak sein, Leute Ich reiß hau, was gar nichts Und nicht mal das Klopapier Ich skin die ganze Baul, Alter Pff, dir ist schlecht gewesen Ich weiß Ich weiß Oll, da schweebel Ist die Tür die klingelt Ach, ist die Tür die klingelt 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 Kann klingeln Ja Perfekt Ich glaub irgendwas Ich bei dir auch alles Gerade eben gefreased Und du wirst irgendwohin Teleportiert ständig Bei mir ist gefräst Und die Waffe schaut irgendwie nach oben Und mein Arm sieht sich Es sieht auch nicht mehr ganz gesund aus Ich hätt gestern fast zu singen Ah, Ticam Ich hab Hattes Masch, Ticam Ich hab einen dringenden Aubern Aber ich hab... Ja, ich... Ja, ich hab grad... WLAN Probleme gehabt Pass dich da fett Und bleib auch fett Aber verpiss dich aus meiner Runde Body shaming des Todes, na? Ja... Du hättest fettes Kind Achso, du hast dich bezeichnet, oder was? Hatt die Fresse, Kevin Ich bin wunderschön Ja, das stimmt wirklich Danke, Kevin Immer gern Das hast du wahrscheinlich so ab Und tief nichts ernst gemeint Doch, eigentlich schon Also das heißt, du find ich mich sexy Oh, oh, da drauf sagt er jetzt nix Kevin? 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 Ja? Hat sie die Sprache verschlagen, weil ich so sexy bin, oder? Boah, das wird nicht jetzt schon mal interessieren, Alter Ob ich dir jetzt cut mal so erstmal so ein kleines Nebeneinem Gestohlene Baupläne der Company, die wir verkaufen Digga, du hast doch geklaut Warum willst du mir dann verkaufen, wenn du so geklaut hast? Du tun erstmal hier Neue Gegenstände herstellen Kauf und verkaufen Neue Gegenstände herstellen Hier, Schiff Ja Schiff Schiff Herstellen Herstellen Alter Ja, ist ja gut Jetzt hab ich du hast Ich bin halt schon wieder fast down Ich komme ja gleich Ich mach den Apfel hier nur weg Das seht ihr später nicht Meine Vermutung ist, dass sie von einem Spieler sind, der ne äh Mission macht Der äh, der Versorgungsmission macht, das ist wahrscheinlich Trenn nicht davon Ich komme Hallo, ich trete schon Fieck Da bist du Ruf 2 Ich komme Ich komme Piu Das scheiße, wenn ne scheiß Schiff hat schon fast down ist Alle Mann auf Befehlstation Du dresst mich nicht Piu Sauber Du So, dann zerstören wir da so einfach Du Ja, wir haben's verstanden Wir haben's verstanden, alter Du Ja, ist ja gut Oooo Der haben sich viel gekreuzt Max! Das ist ein Durchstuch für sie. Schön! Du kleiner Witz! Ja, Kevin, du bist auch so ein kleiner Wichse. Alter, ist das schwarz hinter uns! Das gefällt mir nicht. Ach komm, Dika, warum isst du mich? Ah, die kann doch genau auf mich! Oh nein! Oh, das ist lang... Jetzt hab ich euch Witz daran getrauen... τουςonesen Dann Siegen geben! Was?! das ist jetzt nicht passiert oder das ist es nicht passiert oder danke für den boost danke ja komm ich muss mich mal wirklich also ich vertrete zehn km h gerade was ist ich auch ich schau jetzt noch COD runter nein warum du haust es nicht nicht COD runter Digga ah Digga natürlich 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 geht er mit dem Handy durch die Wand so freigeschaltet und weiter geht's ich muss mal ne Jacke bringen wir haben die selbe das geht nicht ist halt aber auch cool ja na klar ja Ich habe noch nichts dabei, ich sage nur, dass ich sie gar nicht.